Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und heute gibt es mal richtig geile News zu berichten. Ihr seht es, ich bin auf der ProMods und im Multiplayer und ja, heute am 19. Oktober 2019 ist es endlich soweit. Die ProMods und die Jungs von Talkers MP haben sich quasi vereinigt. In der Version 2.42 können wir endlich Multiplayer und ProMods gemeinsam spielen. Ganz kurz, ich habe es runtergeladen, ich habe mir wieder natürlich den Dollar oder einen Dollar noch was gegönnt und einfach in meinen Mod-Ordner reingeschoben, dann den Talkers MP gestartet und ihr braucht nichts aktivieren, das wird automatisch erkannt, automatisch die Reihenfolge, ihr braucht quasi in den Mod-Bereich da nicht reingehen und wir sehen schon, die ersten Leute sind schon da. Es gibt den ProMods Server 1 und 2, um die 6000 Leute können dabei sein und ich glaube, ich werde heute doch nochmal einen Livestream machen. Das ist für die Version 1.35. Also, ich muss natürlich jetzt erstmal wieder zurückpatchen. Oh ja, ich habe es gemacht. Und ihr seht es, da kommt schon der eine. Ja, fahr vorbei. Warte mal. Fahre ich mal los. Ganz kurz. Ich habe jetzt kein Lenkrad angeschlossen, um euch es einfach mal ganz kurz zu zeigen. Das sollen jetzt erstmal die News sein. Habt ihr Bock drauf? Also, ich habe tierisch Bock, mit euch Multiplayer zu fahren. Ich werde nicht sagen, wann. Das wird spontan sein. Nicht, dass der Server auf einmal überlastet ist und ich kann dann gar nicht mehr loslegen. Oder die Jungs. Also, 6000 Plätze sind auf jeden Fall am Start. Da kommt der nächste LKW. Mann, was ist hier los? Ich will... Ich muss jetzt einfach anhalten. Ich fahre hier einfach da oben zu dieser Werkstatt. Ist das geil! Also, wenn ihr das genauso feiert, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder gebt dem Video einfach mal ein Däumchen. Ja. Dann... Ich muss einfach mal ein großes Lob. Und das ist das, was ich mir schon immer so gewünscht habe. Nie gedacht habe, dass es wirklich umgesetzt wird. Und ich habe gestern noch mit den Jungs geredet von Truckers MP. Die wollten mir ja nichts verraten. Die haben nur gesagt, es ist bald soweit. Und... Ey! Ich bin echt baff. Ich bin echt wirklich baff. So. Ja. Das wollte ich einfach nur ganz kurz sagen. Ich sage mal, haut rein, macht's gut. Und bis später. Also, ne? Wir sehen uns vielleicht heute noch. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bye-bye.